Und Papa geht einem sofort ins Brat. Ja, Konrads. Du, was machst du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Papa kann nichts. Papa wird nie was können. Papa rudert nicht richtig mit Papa. Oh, Leute. Ach, Mann. Hier brennt es schon. Wo brennt es denn? Wer war es denn? War das jetzt hier bald da? Ach, das ist einfach nur ein Zug. Wo ist denn das Schloss? Das ist jetzt noch einmal rum. Und dann sehen wir das noch einmal. Aber hier kann man nur einmal weglaufen. Ja, komm mal. Papa, du steuerst gerade wenigstens über ganz viele Steine. Na, das musst du mal lenken. Genau. Du musst mal was machen, Konrad. Ey, Gott. Konrad, mach das. Ja, ich bin zu sehr. Ja, ich bin zu sehr. Ich bin zu sehr. Ja, da haben wir eigentlich das Helm auf. So ist Papa ganz schnell. Ja, nur stein. Ja, mach das mal ran. Oh. Richtig, mach weiter. Richtig, mach weiter. Richtig, mach weiter. Richtig, mach weiter. Dich, mach weiter. Puh, fuh, fuh. Ich hab nochmal raus. Uff, fuh, fuh. Und, das hast du mal aus. Du machst nichts, komm mal, du machst nichts, 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 das kommt von dem richtigen, dann mach ich jetzt mal nicht. Es ist ja gut, den Körper zu empfehlen, massive Übungen und ausgehobene Ernährung. Wollen wir das mal nach Meißen machen? So ein Boot wird doch sicher aufzutragen sein. Nach Meißen. 23 Kilometer mit so einem Boot. Ohne Kiel macht es nicht. Wenn ja, ich glaube, wir können 20 Kilometer, die wir hier gerade fahren. So fahren wir nicht 23 Kilometer. Können wir mal gucken, wie weit es war. Nein, wir sind doch 6 Stunden gefahren, Papa. Und da sind wir doch 6 Stunden gefahren. Da sind doch keine 23 Kilometer. Nach Radeboise waren wir nur 5 Stunden unterwegs. Wir haben ja nicht viel gemacht, du hast ja noch 10 Kilometer gefahren. Da hast du aber auch einen gegessen. Und da ist mal ein halber Krug Fanta leer gefahren. Ich weiß nicht ganz genau. Da hast du die gemerkt. Na? Und dann gab es bloß noch einen Flammkuchen, wo du mir auch alles weggegessen hast. Was? Das stimmt überhaupt. Das ist ja falsch geworden. Ich habe ein Bier getrunken, das weiß ich nicht. Nur Flammkuchen hast du nicht mehr gegessen. Wollen wir das nochmal machen? Guck mal, die Häuser sind schön hier. Guck mal, hier wohnt Mascha unter. Hä? Wie sind wir doch von... Hä? So lange dauert es glaube ich nicht mehr. Was soll denn der Mist? Was denn, bin ich zu schnell? Na, es ist... Geht's gut! Gäste draußen! Hurra! Gäste draußen! Gäste draußen! Oh Gott! Das geht! Hehehe! Sieben was! Sieben was! Oh oh! Oh oh! Konrad, halt deinen Mund ey! Wo man was machen würdest, Mama würden wir nicht auf das Geld sehen. Jetzt kippen wir um. Das ist meine Seite. Das ist meine Seite. Das ist meine Seite. Das ist meine Seite. Du musst dich mal auf die Leute einstellen. Auf die Begebenheit. Mach dir hier extra stark, damit wir hier... Halt deinen Mundkommen. Wir müssen eigentlich da rüber. Nur du ruht das direkt aus dem Lachrüber. Halt deinen Mund. Ich weiß, das hast du echt schön gemacht. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Das ist ein zweiter plates. Das ist nicht so weit wie nach Roteboa, aber das ist eben keine Strecke wie du fahren musst. Wie lange hat das gedauert mit der Bahn? Vier Stunden? Mit der Bahn? Du machst das falsch. Wenn du so ruhtest, dann geht es in deine Richtung. Wartet mal, hier ist nicht ein Reibtier in Nordmarsch. Jetzt gehen wir uns rüber, aber wir gucken mal, dass wir jemanden erahnen, was alles da war. Mama, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und Mama, hört auf euch anzumottern, das ist ja wirklich zum Kotz. Und Mama, hört auf euch anzumottern, das ist ja wirklich zum Kotz. Wie können wir jetzt mal so lange so rudern, bis wir wirklich in der Mitte sind? Ja, das passt so. Ganz im Irren. Och, Mann! Ich schlicht! Was machst du denn? Papa! Och, Mann! Jetzt bin ich wieder rückwärts, bis wir in der Mitte sind. Ach, Mann! Das ist weg von diesen Steinen. Naja, die machen ja hier nichts auf deiner Seite. Das ist zum Kotz, Mann. Ich dachte, sie klappt hier mit euch. Ja, das geht aber nicht, wenn die auf deiner Seite nichts machen. Komm, Konrad macht ja nichts. Und Friedrich auch nicht. Mama, wir wollen auf die andere Seite, Mama. Ja, ich kann die ganze Zeit. Jetzt muss man genauer in der Mitte zwischen dir. Das geht nicht. Auf deiner Seite macht niemand etwas. Das kannst du aber auch auf die Seite bringen. Indem ich die ganze Zeit bremse, ja. Ja. Das ist aber dumm. Nein, besser macht niemand. Aber im Boot machen wir normalerweise alle nichts. Ja, aber das stimmt. Das stimmt. Wenn die ankommen, ist das schlimmste. Wenn die ankommen, ist das schlimmste, was wir machen können. Ja, aber die, Konrad und Friedrich nichts machen. Was? Wir müssen genauer damit. Ja, macht nichts. Konrad macht nichts. Und er ist an einem Paddelkurs gewesen. Und er ist an einem Paddelkurs gewesen. Und er sagt, das ist das nicht noch so. Und er ist an einem Paddelkurs gewesen. Und er ist an einem Paddelkurs gewesen. Und er ist an einem Paddelkurs gewesen. in der Nähe von der Burg gewesen? Was macht er denn da? Ok. Gucken wir uns das gut an. Was macht er denn da? Ok. Gucken wir uns das gut an. Dann fahr so. So. Also machen wir kurz aufhören. Friedrich, Konrad ganz stark. Und jetzt machen wir leicht. Ganz leicht. Ganz leicht. Etwas stärker. Etwas stärker. So jetzt mach mal ganz stark. Mach mal jetzt ganz stark. Mach mal jetzt ganz stark. Ich brauche das jetzt, aber es geht jetzt aus. Ich brauche das jetzt. Vielen Dank.